Willkommen von der Huawei Pressekonferenz in London. Wir haben hier das P6 in der Hand. Wir haben es euch schon ausführlich vorgestellt. Jetzt haben wir hier noch einen Bumper für euch. Wie ihr sehen könnt, hier schön angebracht werden kann. Hier schön Gummi. Das heißt, man kann es hier schön irgendwo anklopfen lassen oder mal auf den Boden fallen lassen. Es wird kein Problem mehr geben. Und es gibt es in vielen schönen Farben. Wie ihr sehen könnt, hier gibt es das Ganze auch. Natürlich als Standard-TPU-Case. Aber eigentlich finde ich den Bumper viel schöner, weil man so die Klarungseite auch noch sieht. Ja. Preis kann man jetzt leider auch nicht sagen. Aber ansonsten schaut es hier schon mal sehr schick aus. Und vor allem natürlich könnt ihr wählen zwischen weiß, schwarz und einem pinken Huawei S&P6. Sodass ihr ideal hier natürlich dann die Farben kombinieren könnt. Vielen Dank, was du geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Paulos Gahl von der Pressekonferenz in London zu dem P6 von Huawei. Bis zum nächsten Mal. Ja. Danke! Vielen Dank.